So Leute, willkommen zu einem neuen Projekt. Das Ganze ist Hunger Games. Ja, das Spiel startet schon. Vorher noch ein paar kleine Informationen. Hier spiele ich das Ganze heute zusammen mit dem... Ja, er ist ne neue... Ja, wir nehmen das zusammen auf. Wir kennen sich schon gut mit Hunger Games aus, anders wie ich. Meine Truhe, meine Truhe. Meine Truhe, meine Truhe, meine Truhe. Mir bockt schon wieder ein Holzschwer drum. Hast du was? Ich hab ne gebackene Kartoffeln. Ne, ich weiß nicht. Ich bin ja irgendwo voll kackiges Born, aber jetzt... Ja, ich hab ne Hose und vier Pfeile. Wo bist du denn? An so nem Törnchen drin. Das ist schlecht. So, jetzt laufe ich grad in die Mitte. Ja, toll. Geh ich jetzt auch mal hin. Die Mitte. Wo bist du? Ich glaub ich grad wie so ein halb bekloppt da rum. Halb bekloppt da bist du... Hat die Grace Period schon geendet? Weiß ich nicht. Nein. Scheiß nicht. Kacke. Ja, ist sogar aufgefallen, weil mich einer geschlagen hat. Wo bist du, Magga? Ja. Ey, ist Melonenblock. Ich weiß das auch nicht. Wo bist du? Ja, ich bin hier grad... Ich bin... Ja, also ich bin in der Nähe von der Mitte. Ich versteck mich hier gerade. Wo ich ganz, ganz Angst hab. Wie sieht denn die Mitte aus? Ja, da hat das so ein... Ich glaub das ist ein riesen... In der Mitte... Scheiß, muss ich denn wieder reingehen. Ja, wie sieht die Mitte aus? Stopp, bleib mal... Ja, das ist ein riesiger Baum. Bleib mal stehen. Ja, stehe. Hab dich, hab dich. Ah, da bist du. Sehr gut. Sorry, sonst... Na, bitte ist nichts mehr los. Ja, dann lass ich hier. Nur mal wollte ich auch Trouble in Myville aufnehmen, aber wie findet er Tiro die Server nicht? Wenn jemand da auf eine Antwort weiß, soll das mal bitte schreiben. Und jetzt kommt nicht der Mitte, die IP ist falsch. Oh Gott, wenn ja auch der Eisenschwert. Kommst du? Maga, ich bin tot. Ich bin tot. Toll. Und... Toll, die Runde begeht ja schon mal toll. Spektaten darf man auch nicht. Toll, die Runde ist sehr ideologisch. Toll, die Runde ist leer. Tschüss. Kacke. Hast du jemand gehört? Hast du jemand gehört? Toll, die Runde ist sehr ideologisch. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Was machst du gerade, Tiro? Mich freuen, dass ich hier ein Leben bin. Ah ja, der hat schon wieder jemand mit Eisenschwert gekillt, endlich. Deswegen, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Geht! Ja, das Gold hat damit gemacht! Da wirkt ihn aus. Oh, toll, einer ist verbrannt Zwölf Leute übrig Essen Noch mehr Essen Kaffee, wo ist mein Kaffee? Hab's, hab's dich? Schön, dass du den Kinn aufhörst Ich weiß, ich bin kein Kinn aufhörst Das ist ein Kinn aufhörst Das ist ein Kinn aufhörst Ich weiß nicht, dass du Was hast du mit Meisenschwert? Schöner-Stern Ich hab' mit Meisenschwert Natchi, ein Korn muss durch die neue Stelle besser als ein Goldschwerner ja aber er kann alle mit einem Eisenschwert ja nicht erst mit Goldschwert genutzt ich habe zwei Millionen Blöcke er nur so viel man hat ein Sound im Traum du hast sie gerade das angesehen wie die nein die Tat Scherzer Tücher Scherzer Tücher Scherzer Tücher Scherzer Tücher ich denke ich habe das nicht mehr die okay es noch ein paar Leute übrig ich die Schuhe die auch ganz schön viel Fleisch weißt du was ich eigentlich ganz geil an Minecraft find Minecraft ist eigentlich so ein Spiel aus Minecraft kannst du alles machen aus Minecraft kannst du einen Shooter machen mit dem richtigen Mod aus Minecraft kannst du ein Rollenspiel machen ich kann aus Minecraft eigentlich nicht alles machen um das kann man also neun Spieler übrig ich denke ich gehe mal hier runter da Ach, du Schütte ist das dunkel. Ach, du Scheiße. Oh, du Schütte ist das dunkel. Oh, du Schütte ist das dunkel. Okay. Nicht, dass du noch stirbst. Ja, nee, ne. Nur ich lust meistens bei Hunger Games. Also ich hab bei Hunger Games noch nie gewonnen. Oh, Schütte, nächster Tod, wieder mit Eisenschwert getötet, ey. Ne, ist da mit Eisenschwert gekillt. Ne, ist da mit Eisenschwert gekillt. Ne, ist da mit Eisenschwert gekillt. Oder? Ich glaub schon. Oder? Obst du, du überlebst? Naja, das glaub ich kaum. Weil ich sag, dass ich später der Letzte bin, der noch gegen die mit Eisenschwert kämpfen muss. Ich glaub hier echt, eigentlich echt nur durch die Gegend. Und der verbratet jetzt ja hier mein ganzes Essen. Damit der später niemand mehr was von hat. Oha, deckt. Au. 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 auch habe ich was runtergefallen da liegt was das ist ein Schwein muss jetzt nicht mehr ihr Liebeser schließt aber ein Pizzer 8 Kuhlen es heißt das Server er ist sehr cool die es ist so weit Kiel sie eigentlich ist erstmals jetzt zweitmals jetzt auf den Zerwalt gehen ja und der die Finkur und auch vom Spieler übrig scheiße oder auch wieder eine leere Truhe Leute geht doch nicht muss sie es auch nicht ruhig lassen wie gesagt zwei Mal gucken und nicht hier wieder hoch und schütten jetzt erst das Essen zum Haus da ist es wirklich mehr und wirst schon nach fünf Minuten unitekt her wo ja wenn du offline bist also AFK und erforschen erst wo wir sind aber schon wer so lange war nervig die Marko rennen muss die Schafe die Schafe wenn die nicht das Geringste bringen äh ich hab jetzt auch ein Eisenschwert woher ist das denn Truhe nicht schlecht das war echt dort ist ihm echt vollkommen recht ich finde das doch das keine Bier er kann ich dachte jetzt hier zwei Schlägen oder ja um Rüstung oder wenigstens Diamanten und Sticks ja die wir was probieren oder gibt es obwohl doch da gibt es jemanden oder nur bei Koma hat den gibt es keine das was ist nicht achten wir haben man hat mich schon zeigen das ist ja sechs Pfeile aber kein Bogen ich hätte noch vier Spieler ich habe mein Skin jetzt geändert aha so wie ich ihn ändern wollte weißt du ja ich brauche Essen boah ich war gar nicht scharf ich war gar nicht scharf ich hab doch natürlich noch nicht mal was bist du immer noch in 7,8 äh weiß ich gar nicht weil wo gerade sind ach warum kann ich nicht backträgen was heißt das zuschauen weiß ich nicht dass du da rumfliegen kannst und die zu gucken ich hatte ich tun von es wie zertet er hat goldschuhe die schnapp er hat und worden wenn ich tun wollen die Sätze der Wotterfahrt jetzt was ich hatten will Oh es leckt sich zwischen die Anlieferste aufnehmen weil natürlich mit Ultra Grafik spielen ich seh welche ich seh welche ja haben ihn gekillt drei Spieler sind noch übrig ja ich habe sie gekillt einer ist noch übrig geil ja war hoher wie Mälen Wunderfragen Wunderfragen Obst wir brauchen ums Geil, ich hab jetzt 20 Pfeile. Schüttel, wo ist der? Okay, er kommt zum Spawn. Hast du geschrieben? Nee, hier, der andere kommt grad zum Spawn. Ich bin grad wieder total ruhig, weil ich hier alle... Ich zittere grad richtig. Ja, der andere kommt zum Spawn. Marco Rennmaus. Also egal, ob ich gewinne oder verliere, ich werd diese Folge hochladen. Ich achte nie auf die Blitz, wo die einschlagen. So schon Marco. Marco. Alter, ich zittere, wo ich gar nicht richtig. Nein, muss. Wohin. Shit. Marco, beeil dich! Boah, shit. Was ist besser, Gold oder Eisenstiefel? Äh, Eisen. Achso, gut. Ich hab jetzt grad Kettenhaube und der Rest ist Eisen. Nicht schlecht. Da kannst du ja sogar noch gewinnen. Ja, ich fahr... Ich warte... Der Typ bleibt. Ich frag nochmal. Ah, natürlich hat die Großschrift-Taste an. Peinlich. Hm. Mal sehen. Ist bereits in der Stadt, sagt er mir. Wie sieht das aus, wenn hier überall so viele Namen sind? Ich wette, Herr Typ, in Wirklichkeit richtig, richtig gute Ausrüstung. Ja, Leute, das war's erst mal mit der ersten Runde Hunger Games. Auch schon gleich gewonnen. Richtig, richtig nice auf jeden Fall. Nein. Doch. Stehen wir noch? Jetzt. Ja. Wollen wir nochmal? Natürlich spielen wir nochmal, aber auf jeden Fall, das war's erst mal mit der ersten Folge. Ich mach zum kurzen Aufnahmekut. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, gleich wenn's losgeht. Bis dahin. Tschüss.